Hallöchen, Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spin Tires hier mit der Benni Zone. Hallo. Hallo. Und der Genichnet, hallo. Hallo. Da hinten sehe ich euch so gerade eben. Ja, wir sind hier an der Werkstatt angekommen und nächstes Ziel ist Kraftstoff, würde ich sagen. Ja, dass ich endlich mal meinen Kanister füllen kann. Genau, 3000 Liter. Gar nicht übertrieben. Nein, das ist 10 mal volltanken. So, ich habe mir Wegpunkte gesetzt. Wer fährt vor? Der, der ist mir Wegpunkte gesetzt. Wollte ich gerade sagen. Wenn ich da wieder hinterher fahren, das ist schön, dann kann ich alles wieder überblicken. Können wir Licht anmachen hier? Blub, 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 schlamm. Die Ansicht ist... Warte mal kurz, ich muss mal kurz mit der Ansicht streiten. Schlag sie. Hau drauf. Wo seid ihr? Wir streiten noch mit Ansichten. Wir streiten mit Ansichten. Wir haben verschiedene Ansichten. Achso. Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich jeder selben Ansicht. Ja. Kannst weitergehen, ja? Also, wir gehen hier, ja. Was, du willst hier abkürzen? Ja, wo willst du denn herfahren? Abkürzen? Das ist doch schon der lange Weg. Abkürzung ist hinter uns. Ach, du Scheibenkörzer. Alles klar, mein Spiel tappt raus. Warum auch nicht? Nee. Ist ja überhaupt kein Problem. Nö. Problem wäre es erst, wenn du das Raustapp-Problem von mir hättest. Ja, das Offline-G-Raus-Tapp-Problem. Ja. So, ich tappe nicht mal offline. Ich tappe wieder raus, naja, ist ja egal. Ich bin ja nicht am Aufnehmen oder so. Nein. Apropos, hast du die Aufnahmetaste gedrückt, du nicht nicht? Warten, wir gucken mal. Ja. Läuft. Seid ihr noch hinter mir? Die dritte Aufnahme, richtig? Ja. Ich sehe eine Zone, okay. Ja. Wir sind jetzt in der siebten Folge. Alles klar. C2, ne? Hier geht es übrigens rechts ab, ne? Nur in unserer Zinfo. So, hier. Okay. Right, right, rechts. Warte mal hier auf euch. Nicht, dass ihr geradeaus weiter petzt und dann kommen wir wieder hier nicht um die Kurven. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Hard, rechts, jetzt. Oh, hier ist alles voller Holzstämme, ey. Ach, du Kacke. Oh, hier ist ein böser Holzstamm. Ganz langsam an der Seite. Stimmt, das war doch. War doch schon mal ein Problem, oder? Ja. Hier müsste echt ganz, ganz langsam wie Lichts und Holzstamm. Hast du mich gerade angebufft? Nein. Doch. Benni. Ich guck die Aufnahme an von dir. Guck. Ich hab hier sogar auf der Kabine. Sitze ich hier sogar. Achtung, Baumstamm hier. Der Benni mäht einfach drüber, warum? Was ist ja selbe, wa? Doch. Weiß ich nicht nicht, du sagst dann, wenn du hängst, gell? Ja, ich schreie da. Ich schrei schon mal. Ich schrei, wenn die auf der Seite liegt. Oh, zwei Schaden. Ich hab auch gerade sechs bekommen. Vorher ist aber irgendein wild gewordener Förster ausgerastet mit seiner Muttersäge. Kann das sein? Ja. Hier liegt alles kurz und klein. So berserkermäßig. Man könnte meinen, wir sind hier vorher schon mal durchgerackt. Wer hat was gemacht? Hier an der Stelle, wo wir gerade stehen, haben wir schon mal einen Cut gemacht. Ah, ja. Ja, da siehst du mal, wie weit wir über den letzten Mal gekommen sind in der ersten Folge. So, einmal bitte tanken. Nicht nur, du bist noch hinter mir, ja? Ja, ich sehe so ein paar Rücklichter ab und zu mal blitzen. So, jetzt mal gucken. Seht ihr mich alle, ja? Ja, ja, wir sehen. Gleich versinkst du im Schlamm. Ja, ja. Und? Ich hab's leider nicht gesehen. Wie das Ding tiefer gegangen ist, Äpfel. Ich hab's leider nicht gesehen, weil mein Menü so weit rein ist. Hier ist natürlich die Frage, können wir hier wenden und zurückfahren? Komme ich hier überhaupt noch raus? Das wäre der richtige Weg. Komme ich hier überhaupt noch raus? Kannst du nicht rechts runter? Nee, aber das ist der falsche Weg. Wir müssten hier wenden. Ähm, können wir hier nicht da so rechts und dann da durchs Grün wieder rückwärts? Also, er meint hier. Das wäre strange. Dann hier hin. Nee, wir könnten geradeaus fahren. Also hier lang. Und dann, äh, da rechts rum, quasi. Und an der Stelle rechts rum. Okay. Ich versuch's mal. Ich glaub, die haben alle. Na, die geht's nicht, aber läuft. Bin gespannt. Ich tanke dann mal, ne? Ja, also ihr könnt ruhig, äh, Allrad permanent anlassen und so, weil ich hab Sprit dabei. Okay. Achtung, das Einfahrt sieht man hier ganz schlecht, Benni. Wenn ihr den Berg runterfährst, ist er quasi am Berg rechts schon. Was da? Ich, ich wär hier schon geradeaus so rechts. Was sieht man ganz schlecht? Wolltest du nicht auch gerade Wenden fahren? Ich folg dir gerade. Beziehungsweise hier geht's einen Berg runter. Ja, pass auf. Direkt, bevor du unten bist, geht's schon rechts rein. Brems, 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 brems. Ihr habt die Handbremse an. Ja, ja, du bist dran vorbeigefahren. Da kommst du nicht mehr weg, Alter. Ach so, ja. Was? Wo wollt ihr denn? Ja, wir müssen doch drehen. Wir müssen noch den gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind. Jetzt hab ich, ah. Jetzt hab ich auch. Ja, dann lass ich mich hier nochmal ein bisschen rollen und guck mal zu, was Benni da hinten so treibt. Alter, Benni, was machst du da? Wichtig, pass auf, du musst jetzt rechts, 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 rechts. Warte hinten, lenk rechts. Ja, du kommst mir hier rein. Nice. Nice, rechts mit Handbremse gelingt. Ja, ich wollte eigentlich davor stehen bleiben und gucken, wie Benni reinfährt. Ja, der versucht gerade zu wenden in 80 Zügen da unten. Oh, kann man hier nicht irgendwo ein Kringel fahren? Nee, eben nicht. Oh, ich sehe den letzten Rest seines Längers. Irgendwie so gut funktioniert es nicht. Motor abstellen? Ja. Also ich rückwärts den Berg wieder hochfahren. Mit dem Ding? Du, das ist ja nur ein Einleger, also er hat ja keinen Doppellenlenker drin. Alter, wie das aussieht. Oh, Benni. Und wenn du jetzt wüsstest, dass er parallel zu seinem Tankwagen steht. Benni, 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 Vorsicht. Allein wie das aussieht auf der Karte, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. Um Gottes willen, genau so lag ich vorne auf der Seite. Schrägstrich Dach. Schrägstrich überall. Ich weiß nicht, wie ich das hier hinkriegen soll. Kriegst du deinen Tankwagen hier nochmal rückwärts ein bisschen hochgeschoben? Jetzt gerade rückwärts? Normalerweise müsstest du damit locker rückwärts fahren können mit dem. Hallo, rückwärts fahren und ich? Wo? Wo? Du musst rechts einschlagen. Ja, ja. Lalalala. Fahr mal noch. Düm, 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 düm. Ja, 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 ja. Das sieht doch gut aus. Ein paar Schlängel-Linien, aber es geht bergaufwärts. Und rum, rum, rum. Das Ding ist von hier oben, sehe ich auch absolut nicht, was du da unten für Hinnerhändler hast. Für mich ist das eine große, grüne Wiese. Mitten im Schlamm stehe ich hier mitten im Schlamm stehe ich hier. Okay. Also er fährt nicht wirklich in die Richtung, wo ich lenke. Aber jetzt stehst du doch relativ weit außen und gerade. Kannst du jetzt nicht einmal rumfahren? Einmal rumdrehen? Ja, das war ursprünglich mein Plan. Wenn ich nur mal komme. Vorsicht, Handbremse zieht nicht. Da rutscht du weiter. Aber wenn man steht, geht's. Okay. Oh, jetzt wird ziemlich verschwommen da hinten. Jetzt, ich bin hier unten gekommen. Ja, wird gerade neblig. So, jetzt brauche ich gleich Zeit. Gib mal zu, dass der herkommt. Ich sehe dich kaum noch. Ja, ich brauche gleich die Seilwände. Ich stecke hier nämlich fest. Oh je. Ah, der ist hier so unterwegs. Der schlammverschmierte Engel. Soll ich dich vorne rumziehen? Bleib mal so stehen. Ja, warte, ich habe mich gerade befreit. Ja, ich sag ja, ich ziehe dich vorne rum, dann kriegst du die Kurve noch. Okay. Oh, jetzt bist du schon zu weit gefahren. Dann musst du ja rückwärts fahren. Hängst den Baum, oder? Ah, da ist ein Baum stumpf, genau. Du bist jetzt überall, du hängst jetzt im Baum stumpf drin. Geradeaus vor dir, ist da nicht auch noch ne Wiese? Ja, hier ist irgendwas. Also ein bisschen weiter unten. Ich fahre jetzt mal geradeaus vor, wenn es geht. Ne, du hängst, da ist ein Baum stumpf direkt unter dir. Du kannst nicht mehr weiterfahren. Du hängst quasi fest. Okay. Warte, bleib genau so stehen. Stopp, nicht bewegen. So, und jetzt zieh durch. Ja, wird es gern. Ich sehe nichts. Links, 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 links hängen. Ich sehe nichts wegen der blöden Kamera. Okay. Okay, sorry. Und bei dir ist der Anhänger leer, da geht es noch. Warte, jetzt muss ich erstmal noch gehen. Also komm. Jetzt ist bei dir wenden in 207. Soll ich mal gucken, ob ich deinen Anhänger weggezogen kriege? Ja, du kannst ihn mit dem Arsch rumziehen. Währenddessen kann ich mir hier ganz in Ruhe Wegpunkte setzen. Sollst du dich ankuppeln? Soll ich dich mit hochziehen? Ne, bloß nicht anhalten. Ja, ich hänge. Doch, geht langsam weiter. Na, jetzt hänge ich. Der Kamera einfach mal gar nicht. Jetzt sagt mir nicht, dass ich auch noch nachrutschen muss. Ne, nicht, du kannst jetzt da rumhochfahren. Wir fahren hier den normalen Weg hoch. Wie es dich immer mal geschwind einen halben Meter zurückzieht, wenn ich die Zeitbinde einschalte. Ja, du hast doch 3000 Liter geladen. Ja, da haben sie 3000 Liter geschwind mal verfahren. Ob das dem Umweg gerecht wird? Hey, aber der verbraucht gar nicht so viel. Ich habe gerade mal 40 Liter verbraucht. Ne, jetzt nicht ruckartig hängen, sonst grabe ich mich in den Matsch rein. Es geht so weiterfahren. Oh, ich hatte ja jetzt ganz in Ruhe Zeit, ein paar Wegpunkte zu setzen. Ja, fahr. Ich gebe hier Knallgas. Ja, ich auch. Alles ran. Na? Schade, dass man sich nicht zu dritt dranhängen kann. Und ziehst du gerade an der Winde, oder? Ja, ja, ja. Okay. Okay, kannst du stehen bleiben, ohne dass du rückwärts runterrollst? Bandbremse ist drin, ja. Mach mal die Winde los. Und dann fahr ich mal einen Meter vor jetzt, und dann können wir wieder ankuppeln, und dann ziehe ich dich an die Winde. Hier, warte, warte. Boah. Ja, ja, es wird. Es wird. Ja. Okay. Handbremse an. Ach so, du hast Handbremse an, oder was? Nee, nee, du sollst anmachen, damit ich wieder weiter vorfahren kann. Ja. Okay. Echt, kommen wir jetzt immer nur eine Wagenlänge voraus? Eine Windenlänge. Ja, aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich oben. Wirklich nicht mehr viel. Du fährst auch, oder wie? Ja, ich gebe ganz Zeit Vollgas. Oh, Luba, ich sehe dich schon. Aber sobald du ziehst, äh, ja. Alter, wie der auf seinen Lenkrad einprügelt. Ach, sieht das lustig aus. Oh, da haben wir ja der richtige Map hier. Hügel für so'n Hänger, ey. Was soll das denn werden, wenn wir voll mit Holz sind, ey? Oh, nee. Kommst du jetzt alleine vorwärts? Äh, nein. Es ist, als hätte ich die Handbremse an. Hast du die Handbremse an? Handbremse aussteht da. Ich zieh deinen Anhänger rum. Äh, ich wusste nicht. Ja, jetzt kommst du aber allein. Ja, ich rolle, ich fahre. Ja, jetzt geht's. Ja, war eben fix gewendet, würde ich sagen, ne? Ja, nochmal schnell tanken. Hallo, Glichnitz. Mahlzeit. Ja, ich hab schon wieder hier 68 Liter verblasen. Einmal wäre ich runter, wieder hoch. Ja, Freunde. Ende der Folge. Ja, wir sind ja richtig hier am Abgehen, ey. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Benni ist fertig. Also, ich bleib jetzt hier. Sagt mir, wenn ihr das Holz abgeliefert habt. Benni, wir bräuchten Sprit. Nein. Wir müssen den Sprit jetzt hin und herziehen, nicht, ne? Das weißt du, ne? Um nicht zu sagen, den Benni hinter euch herziehen. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht so, aber ja, so ist es. Also, Freunde, das wär's gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut und tschüßen. Tschüss. Ciao, ciao.